Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Lucky Survival Games auf dem Fun-Video-Server mit Anonymous. Hallo, ich bin Gorobai. Da hinten. Und mit dabei sind zwei Zuschauerinnen. Ich habe jetzt gerade wieder... Obisama und Ximiria. Genau. Wer ist Gorobai? Und wieso ist er blau? Ja, da antworte ich jetzt nicht drauf. Für mich geht es nämlich jetzt nur in die Mitte. In die Mitte. Habe ich es echt verpasst? Hast du den Anfang verpasst? Ja. Da waren zwei Schwerter und ich habe keins bekommen. Dafür habe ich zweimal Boots. Zweimal Boots? Boots. Das klingt gut. Einmal Boots sähe ja auch komisch aus, ne? Ja, deswegen habe ich lieber zweimal genommen. Ah, da ist schon irgendjemand. Ja, klar. Nein, das fand ich auch noch ein Zwischen. Oh, da bin ich gleich schon angeschlagen. Ja, hier angehittet. Angeschlagen. Sehr gut. Ja, ich bin tot. First Blood. Oh nein. Geile Sache, Leute. Geile Sache. Ihr seid klasse. Ihr seid super. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Leute. Hat Spaß gemacht. Irgendwie habe ich wieder die No-Schwämmchen-Route genommen. Ne, da drüben. Hinter dir. Ah! Ah, ich sitze unter dem Baum. Fuck. So, deine Reaktion ist aber echt irgendwie von so einem kleinen... von so einem Biber, ne? Von so einem Biber? Von so einem Biber? Von so einem Biber? Wo kannst denn du gegen Biber? Keine Ahnung. Da ist noch ein Spämmchen. Du, das sehe ich wohl. Jetzt wurdest du geportet, glaube ich. Wasser! Oh, das sind Teamer. Scheiße, was soll ich machen? Keine Ahnung. Verpisst euch! Ah, ein Schwert! Besser hätte es noch nicht passieren können. Das ist dieser Spock-Crafter, hat mich auch getötet. Der hat was gegen YouTuber. Sind die immer noch hinter mir? Ja. Nein! Oh. Nicht gut. Wenn du volles Leben hast, naja. Hab ich nicht. Doch. Nee, doch. Aber ich heil mich nicht mehr. Oh. Oh. Er setzt dir halt ganz schön zu, ne? Vielleicht kann ich wenigstens noch einen von denen killen, aber jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Wie? Er hat den anderen gekillt. Oh. Oh, ins Wasser. Oh, er kommt, er kommt über Land, er kommt über Land. Hab er mich weggedrückt? Das ist deine Chance, wenn wir jetzt wieder über Land kommen. Das ist ein Profi, ich sehe das. Oh, er ist im Wasser jetzt. Anne, Anne, Anne hinter dir! Wieso kann er schneller schwimmen als ich? Nein! Oh Mann. Okay, Leute. Ich würd sagen, wir brauchen einfach noch eine Runde, oder? Ich... 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 Nützt ja nix. Lassen wir nochmal leave. Was bietet sich denn hier an? Äh, LSG 11 wär gut. LSG 11 wär gut. Ja. So, dann sind wir wieder drin. Das immer wieder. Das geht auch hier bestimmt schon gleich los. Ja, 39 Sekunden. Das dauert ja nicht mehr allzu lang. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Eye of Horus. Das ist doch die erste Map, die wir je gespielt haben, ne? Ja, ich glaub schon. Da waren wir schon so, wow. Oh Gott, das ist ein weiterer Sprung. Wir hätten teamen müssen, Anne. Nein, niemals. Du kannst das Böse nicht mit Bösem bekämpfen. Aber Feuer mit Feuer. Ah, ah. Allein du kannst das Böse nicht mit Bösem bekämpfen. Ist so. Ich schwör, Digga. Ich schwör, Digga. Alter, ist so. Geial. Mein erstes Mal ist das doch da. Okay. Erst, erst mal spaßen sie alle in die Mitte. Oh Gott, nein. Tintenfisch auf dem Kopf. Nein, 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 nein. Ich hatte das. 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 Habt sich Goro auch noch meinen Schwamm? Einer, den hole ich mir! Der weg! Komplette Lederrüstung? Not bad. Ich hab ne komplette Kette. Nein! Oh, oh, warte, das bin ich! Also ich hätte dich ja eiskalt getötet. Oh, was war das? Ich wurde geportet. Hättest du mich eiskalt getötet? Natürlich. Wieso das denn? Nicht! Wir teamen ja nicht. Nein, aber deswegen müssen wir uns da trotzdem nicht gegenseitig umbringen. Nicht? Du meinst, wärst du dann maulig gewesen, wenn ich dich getötet hätte? Nö, nur kurz. Also ich wär nicht maulig gewesen, wenn du mich getötet hättest. Ne. Bin ein bisschen geschnieft und so, aber... Gehört ja zum Spiel, sagst du. Also es ist ja nicht so, dass ich dich halt die ganze Zeit verschonen würde. Gott. Aber... Jetzt, jetzt hätte ich dich halt verschonen. Mini, sterb! Ich hab nichts zu essen, nichts zu trinken, noch drei Herzen. Ne. Trinken muss man zu Glück in Minecraft ja auch nicht. Meine Healing Potion wär auch ganz nice jetzt. Ich weiß noch die guten alten Tage, wo man noch nicht essen musste. Oh, jetzt ist mir auch noch schwindelig. Auch noch schwindelig. Lass mich! Wenn ich irgendwo runterfalle, bin ich auch tot. Regeneriere mich nämlich auch nicht. Sieht nicht gut aus für mich, Leute. Das sieht nicht gut aus. Noch kann ich sprinten. Was jetzt passiert ist, weiß ich auch nicht. So, müssen wir jetzt mal gucken, was hier... Für die Leute noch so unterwegs sind. Gehört für Anne, sieht's nicht gut aus. Wie viel sind's denn noch? Sieht nicht so gut aus für mich. Läuft nicht bei mir. Komm, ne, ein Schaf. Ein Schaf, was die Farbe wechselt. Ist das böse? Nee, nee, das kann gar nichts. Ist einfach nur ein Schaf. Aber es ist witzig. Bitte schlag mich nicht! Hier ist der Sworn, oh Gott. Nee, ist hier der Sworn? Nee. Ja, nein, vielleicht. Wird durchkommen, aber nicht wirklich. Anne, ich würde ja jetzt teilen, ne? Mhm. Und meine zweite volle Kettenrüstung gekriegt. Das Glück ist ja dann mit die Doofen, oder? Ich bin hier so nervös, nein, das ist ein Spieler. Der Spieler, Spieler! Und ich hab immer noch anderthalb Herzen. Wo bist du beim Spawn? Nee. In dieser Ruinen-Landschaft. Oder? Ist das hier der Spawn? Frage, ne? Das musst du mir ja sagen. Fast gegen den Kaktus gelatscht auch noch. Der hat mir grad noch gefehlt. Vielleicht gesagt, keine Ahnung. Und ich find auch keine Schwämme. Oh, Mangel! Da ist ein Schwamm. Essen! Das ist schon mal gut. Ich kann mich wieder hochheilen. Das ist schon mal der erste Schritt zur Besserung. Das ist mein drittes Holzschwert gekriegt. Ah, Mensch! Also hier ist schon mal niemand, das ist schon mal gut. Aber was knabbern wir halt nicht schlecht, weißt du? Ich hab noch ein Steak. Würde ich dir nicht geben, weil es mein letztes ist. Du bekommst dann die ganze Rüstung dafür. Also. Muss man ja auch ehrlich sein, ne? Alle Kisten wurden neu befüllt. Das sind zwei Schwimmer. Da wusste ich doch schon, dass schon jemand die Route hier vor mir abgegrast hat. Gras? Abgeschwammt. Abgeschwammt. Noch mehr Steaks. Abgeschwammt. Und haben wir eine Goldrüstung gesehen oder sowas? Wieso hast du denn so viel Essen und ich nicht? Der dritte Verzauberungstisch, den ich gekriegt habe. Mensch, ja, Verzauberungstisch, das ist noch mal was. Hey, 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 halt, halt, halt! Wieso saßt du auf mir drauf? Weiß ich nicht, das war ein Schwamm. Warte mal, bleib mal stehen! Komm her! Was denn? Ja, warte. Ich will den Schwamm hier. Oh. Ja. Wenn du mir jetzt ein Steak dafür geben könntest. Könnte ich tun, ja. Dankeschön. Und ein Schwert sogar. Ich bin nicht mehr hilflos. Danke. Wir haben geteamt. Wir haben gehandelt. Ich fühle mich ganz schmutzig. Okay, sagen wir es so, wir haben gehandelt. Okay, ich habe meinen Metall gerade getauscht. Ist schlecht. Mit Zorro. Hast du das Steak wenigstens vorher noch gegessen? Ja, ein Steak habe ich gegessen. Dafür habe ich jetzt mehr Essen und mehr Eisen und ein Steinschwert. Warte mal, wo bist du? Ich habe noch ein Steinschwert. Ja. Und das. Ein Block auf Island habe ich gerade gekriegt. Ich sehe dich da unten. Warte. Ich schmeiß dir hier unten in ein Steinschwert hin. Okay. Danke. Sind die noch Schwämmchen? Ich sehe das gar nicht, ey. Ne, ich sehe die Schwämmchen gar nicht, ey. War Kette jetzt eigentlich besser als Gold? Kette ist besser als Gold, ja. So, Sack! Mann. Ihr vergiftet. Hallo? Schwämmchen? Irgendjemand? Nein? Okay. Das ist ein Schwamm. Ah, mit Gurubai getauscht. Na toll. Danke dafür. Hm. Das noch schon. Uh, Iron Leggins. Guck mal, dafür, dass du es so schlecht lief am Anfallen, läuft jetzt gar nicht mal so schlecht. Und wem hast du das zu verdanken? Weißt du, das wäre schöner gewesen, hättest du jetzt nichts gesagt noch. Na? Aber, gut. Stell dich halt in den Vordergrund. Hat schon jemand die Spawnkisten getrennt? Nein, aber da ist gerade jemand dabei. Na, Freund? Wer hat aber sterben, weil er Diamantschwert hat? Nein, doch nicht. Oh, nice. Jetzt hab ich sein Diamantschwert. Und seinen Bogen. Ja. Und seinen Diamantboots, die er sich scheinbar gecraftet hat. Nice. Hast du auch irgendwas zum Abgeben noch, oder? Ja, bestimmt. Wenn du kurz aufpasst, dass keiner kommt. Hast du einen Stick? Ja, ich hab Sticks und ich hab Eisen. Gib mir mal, gib mir mal einen Stick. Da ist auch noch irgendwas getroffen. Äh, warte. Nur einen Stick rausschmeißen. Sticks? Nur einen. Oh, Deathmatch startet gleich. Ja, deswegen. Pfeile? Ja, ein paar. Oh Gott! Oh, es wird ernst. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen im Deathmatch sind, oder? Ja, ich greif dich nicht an. Ich versuch jetzt erstmal Pfeile abzuschließen. Oh, jetzt hätte ich dich fast getroffen. Oh, was? Ich hab ihn getötet. Warte, warte, warte. Darf ich mich hochheilen? Ja, okay, warte. Aber du darfst nicht looten, weil das hätte ich auch nicht mehr machen können. Okay, ich darf nicht looten, okay, gut. Ich heil mich nur kurz hoch, okay? Okay, sag Bescheid, wenn du hochgeheilt bist. Ja, geht gleich los. Das Duell der Giganten, Leute! Ich hab kein Problem. Ich darf nichts, was ich gelootet hab, anziehen, ne? Hä? Nichts, was ich gelootet hab, darf ich anziehen, ne? Ja, von mir aus, mach halt. Ich bin eh schlichter im PvP. Was? Ich bin eh schlechter im PvP. Oh, das macht den Schaden. Entschuldigung, das wusste ich nicht. So gut, dann von mir aus kannst du losgehen. Okay. Ja, Anne, Finale! Ich treff nix. Wie immer. Ich glaube, ich hab dich noch kein einziges Mal bekommen. Ich hatte noch 4,5 Herzen. Ja, ich hatte keine Herzen mehr. So, dann sag ich mir. Warte. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, schalte in der nächsten Folge wieder vorbei. Hallo! Vielleicht sind wir dann wieder bei dem Finale. Das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und guck bei Anne vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!